Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, die Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Schreiben vom 12. Juli 2017 teilt der Abg. Heiko Kasseckert mit, dass er mit Wirkung vom 28. August 2017 auf seine ordentliche Mitgliedschaft im Hauptausschuss verzichtet. Nach § 6 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19-5125 schlägt die Fraktion der CDU die Abg. Birgit Heitland als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss vor. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das war nur zu früh gezogen. Es wird also nicht widersprochen. Damit komme ich zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19-5125 zustimmt, dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist wiederum das gesamte Haus. Damit stelle ich fest, dass die Abg. Birgit Heitland als ordentliches Mitglied in den Hauptausschuss gewählt wurde. Ich wünsche mit allen gute Zusammenarbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Abg. Birgit Heitland als ordentliches Mitglied in der Stadt Die Abg. Birgit Heitland als ordentliches Mitglied in der Stadt